so meine lieben da sind wir wieder beim rätsel sehen dann müssen wir jetzt noch wieder bis zum lagerbüro kommen und dann können wir da erstmal die nacht verbringen dann müssen wir noch mal rüber zu jeremiah um dort alles was so an equipment rumliegt zu untersuchen was brauchen wir davon was brauchen wir davon nicht vielleicht können wir da von ihm auch noch ein bisschen was schenken um da die zuneigung zu erhöhen wenn man da ja doch noch irgendwelche blaupausen oder sowas freischalten kann und ansonsten dann wieder zurück am rätselsee alles aufräumen und dann schauen wir mal dass wir nachts durch den staudamm kommen so ein paar tage werden wir hier noch aushalten können wir haben noch ein bisschen nahrung um zu liegen also von daher alles gut wir können uns jetzt wirklich gut vorbereiten und es wird schon wieder nebel ich hatten wir ja lange nicht ich hoffe aber dass es diesmal nur so ein zufallsnebel der morgen wieder weg ist ist klar scheiße warum treffe ich denn jetzt nicht ja letztes mal triffst du den so hoch ich zieh mal und schieß und zack der wackelt aber auch warum habe ich hier schon wieder keine scheiß hier die bitte mal damit zu fügen man die brauche hier immer griffbereit so brauche ich noch ein antiseptikum wieder das war nämlich schon fast kaputt haben wir irgendetwas liegen lassen nein hüfte in der hand nehmen nachladen ja toll jetzt habe ich keine munition mehr so das heißt ab sofort wieder mit wölfen zu fuß kämpfen scheiße so was sagt die uhr ist gleich abend so 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 Das ist erstmal eine Notration, die lassen wir hier, das ist ja auch fast fertig, aber das Ding, lassen wir mal noch da, dann essen wir erstmal hier die Erdnussbutter, mit nur 29 Prozent, müssten wir die eigentlich als erstes weghauen. So, dann gucken wir mal, was der blöde Wolf uns wieder Klamotten kaputt gemacht hat. So, das hat nur noch 65 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte das, nachdem wir es repariert hatten. Habe ich aus Versehen nicht drauf geachtet. So, 88, 65, die Jacke ist also auch wieder ziemlich im Arsch. So, hier haben wir noch einen Vorhang. So, dann reparieren wir die auch gleich wieder. Die Handschuhe haben wir auch schön kaputt bekommen. So, jetzt fehlt dann schon wieder Stoff. Die wird langsam auch eng. Hier ist auch nichts, doch hier ist nochmal Stoff. So. Und unsere Rehlederhose ist ganz schön wieder im Arsch. Und die Socken. Und keine Stiefel. Vielleicht ziehen wir dann die erstmal an. So. Halt. Zurück. Das trinken wir nochmal. Und dann lass uns mal 8 Stunden schlafen. 8,9. Schön ausruhen. Schön ausruhen. Oh, ich hasse das, ey. Wenn du hier drinnen mal nichts siehst. Und dann der Sturm da draußen. Wie viel Wasser habe ich denn noch? Ist bald alle, wa? Ah ne, ich hab noch nie da. Dann lass uns nochmal eine Stunde schlafen. Das ist doch wirklich helles. Ich dachte, dass es hell ist. Achso. Ist noch nicht hell. Komm, nochmal eine Stunde. Ah. Komm, nochmal eine Stunde. Wann wird denn das hier endlich mal hell? Na endlich. So. Dann messen wir das Zoll hier erstmal auf. Ja, wir nehmen erstmal hier alles, was hier auf dem Boden liegt. mit. Und schauen wir mal, dass wir das vernünftig verteilt kriegen. Gut, hier ist bloß Feuerutensilien. Magnesiumfackel ausgebrannt. Wolfspilz, getrockneter Darm, getrockneter Darm. So, dann versuchen wir das mal hier. Oben haben wir für Nahrung. So, erstmal wegpacken, was wir jetzt nicht brauchen. So, das essen wir schon. Badflechte, Badflechtenverband. Die können wir also erstmal rumpacken. rumpacken. Das Beil nehmen wir erstmal noch mit. Dafür brauchen wir erstmal das. Das Brecheisen kann erstmal weg. Brandbeschleuniger brauche ich erstmal auch nicht. genauso wenig wie den Dosenöffner. Dann haben wir hier noch Fackel, Fackel, Fackel kann weg. Getrockneter Darm, nochmal getrockneter Darm. Getrockneter Pelz. Oh, die Schösslinge. Die müssen wir hier herlegen zum Trocknen. Das hätten wir mal gestern schon tun sollen. Dann hätten die schon ein bisschen was. So, wo waren sie? Der hier. Muss zur Verwendung sechs Tage lang trocknen. Ablegen. Und der hier auch, ne? Vier Tage lang. Ablegen. Wo ist der andere? Mach mal hier nach A bis Z. A ist an. Ablegen. Zurück. So, was haben wir dann noch? Das brauchen wir noch. Das essen wir gleich auf. Badflechtenverband. Einer, denke ich, reicht erstmal. Die können wir erstmal alle weglegen. Genauso den harten. Einmal Streichhölzer reicht auch. Das improvisierte Ball kann erstmal weg. Jagdmesser. Weglegen, weglegen. Ein Messer reicht. Hier haben wir noch mehr Streichhölzer. Dann packen wir die auch mal alle weg. Die Federn brauchen wir im Moment nicht. Eine Tasse sollte reichen. Lampenöl legen wir weg. 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 Magnesiumfackel. Die Kiste ist voll. Dann nehmen wir die hier. Weg, weg, weg. Eine reicht erstmal. So, ein Nähzeug haben wir noch dabei. Notfallspritze reicht einer. Die Rehlederhose packen wir erstmal weg. Das brauchen wir auch nicht. Die behalten wir mal noch. Den legen wir weg. Hier einer reicht. Stoff brauche ich momentan nicht. Lampe brauche ich nicht. Verband brauche ich. Wasserreinigungstabletten brauche ich. Aber Wollsocken brauchen wir nicht so viele. Die können wir auch wegpacken. So, jetzt haben wir noch 20 Kilo. So. Und da müssen wir nämlich drüben... Wo ist denn eigentlich das Werkzeug? Ich hatte doch... Warum habe ich denn das nicht weggepackt? Das hier braucht man im Moment auch nicht. Hab ich wohl übersehen. 18 Kilo. Und da sollten wir uns drüben nämlich an seinem kostenlosen Endlosfeuer so viel Wasser mitnehmen, wie wir nur tragen können. So, und wenn wir jetzt rüber gehen und dann dort die Nacht verbringen, also es wird ja einen Weichen dauern, bis wir da sortiert haben. Gehen wir mal hier raus. Nehmen wir uns noch ein bisschen Futter mit. Dreimal das Ganze. Dreimal das Ganze. Flappert mir sowas. Das ist die Fahne, oder? So. So, dann lass uns einmal rüber gehen und da nochmal das Zeug sortieren. Und möglichst viel davon mitnehmen. So. Eigentlich wäre es schön, wenn man sich mal so irgendwie so einen Transportschlitten neu herstellen könnte. So. 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 Das ist nur ein Stein, oder? Ja. Vielen Dank. So, dann müssen wir hier jetzt gleich mal rechts abbiegen, ungefähr genau hier lang. Ja, ist schon wieder kalt, aber da müssen wir jetzt durch. Hier ein bisschen im Windschatten des Berges. So. Dann hier über den Berg. Dann müssten wir wieder da zu seiner letzten Ruhestätte kommen. Guck mal, hier kann man von hier schon die Hütte sehen. Was war das für ein Krampf, hier im Nebel einen Weg zu finden? Nein. Werde ich einfach noch nicht drüber fertig. So, hier sind auch ein paar Wehe, das ist doch ganz gut. Denn wir brauchen ja so eine Aurora-Nacht. Ich weiß nicht, ob jede Nacht dann wirklich so eine Aurora-Nacht ist. Das heißt, wenn wir den Bären aufgefressen haben, dann müssen wir uns wieder Gedanken machen, wo wir Nahrung herkriegen. Dann ist das ganz gut, wenn hier drei Rehe rumrennen und wir noch ein paar Schuss haben, dass wir vielleicht doch nochmal einkriegen. So, dann möchte ich gerne mal wissen, was jetzt wieder die Festplatte rumspacken muss. So, aber noch gut so. Ist das wirklich nur ein Geekstory, der jetzt mit immer so viel speichern muss? Wie sieht es denn hier drinnen aus? Ist das Zeug hier alles schon vergammelt? Naja, fast. So, dann nehmen wir erstmal hier mein Zeug hier auf. Schlafsack aufheben. Wolfspilz, Darm, Darm, noch ein Wolfspilz. Ach du Scheiße, da liegt hier so viel Mist rum. Stöcke halt, die können wir da lassen. Die Taschenlampe brauchen wir auf jeden Fall. Die Bolzenschneider nehmen wir mit. Wolfspilz, Darm, Darm, Darm. Holzbrikett ist auch meins. Ausgebrannte Magnesiumfacke, das einfache Werkzeug können wir, glaube ich, da lassen. Ja, wir sind gerade furchtbar überladen, das ist richtig. So, jetzt lass uns mal mit dir ein bisschen reden. Bedrückt mich etwas. So, hier können wir ja gucken. Wenn wir ihm Stock gehen, kriegen wir einen Stern. Stoff 3, Bartflechtenverband 3, Schweinefleisch mit Bohnen 10, frischer Kaninchenpelz oder getrockneter. Frische Rehhaut oder getrocknete Rehhaut. Hier willst du denn keine Wolfshaut haben? Davon habe ich gerade wie blöd da. Okay, aber wir haben ein paar Stöcker da. Die kannst du erstmal haben. Die gebe ich dir erstmal. Gegenstände geben, Stöcker. Ich weiß, musst du hier jeden einzeln anklicken? Achso, ne, hier. Juhu, damit kriegen wir 11 Vertrauen, okay. 116. Juhu. Ne, warte mal, wo war denn das? Hier. Hier kannst du doch jetzt irgendwo bei Personen gucken, Jeremiah. Die Position eines Vorratsverstecks wird hier auf der Karte aktualisiert. Schaltet die Herstellungsblaupausen für das Improvisierte beiheilfrei. Den haben wir gemacht. So, was können wir hier noch ab 125? Weltrelevante Informationen zum Katerstaudamm. Dafür müssen wir bloß ein paar Stöcker sammeln. Benötigt 175. Schaltet die Herstellungsblaupause für Rehlederhosen und Rehlederstiefel. Oh, das wäre schön. Was gibt es denn hier noch? Für die Schneehütte. Weltrelevante Informationen für das Leuchten. Jeremiah möchte, dass du ein paar seine alten Briefe findest und zerstörst. Okay. So, wie sieht es denn jetzt aus im Inventar? So, da sind wir gar nicht überladen. Könnten wir eigentlich alles nach Hause schleppen. So, jetzt noch mal ganz kurz gucken. Also, was? Stock. Die könnte ich abgeben. Stoff behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich. Den Rest würde ich alles behalten. Also, muss ich jetzt hier 600 Stöcke sammeln oder was? Äh, ich meine 250. Äh, so. Wie viel Wasser habe ich? Muss ich mir noch Wasser kochen? Auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir halt hier noch öfter laufen, würde ich sagen. Wie spielt es jetzt? Mittag. Ähm, dann machen wir noch mal zweieinhalb Liter Wasser. Wir müssen ja sein Endlosfeuer nutzen. Und dann kochen wir das. Zurück. So, dann essen wir was. Trinken wir was. So, und dann würde ich sagen, bringen wir das jetzt einmal zurück. Und dann kommen wir vielleicht noch mal her. Ach so, warte mal, den blöden Schlafsack. Die Frage ist, ich glaube, den lasse ich hier, oder? Ja, erstens habe ich drüben, glaube ich, noch einen Schlafsack zu liegen. Und zweitens, falls ich doch mal hier übernachten will, brauche ich was zum Schlafen hier. Darum würde ich sagen, den lassen wir hier mal liegen. Und das einfache Werkzeug können wir auch hier liegen lassen. Und dann sind wir jetzt gar nicht so doll überladen. So, und dann bringen wir jetzt den ganzen Kram. Ach, schön. So mag ich das, schön mit Wetter. Also, wir bringen jetzt hier den ganzen Kram zurück zum Lagerbüro. Und dann, ja, und dann sammeln wir Stöcker, weil das will ich ja dann schon wissen noch, ähm, was wir da mit ihm noch, äh, oder was wir von ihm noch erfahren können. Weil, ich glaube, dass wir dann nicht zurückkommen werden, oder auf jeden Fall nicht so schnell zurückkommen werden, wenn wir dann hier einmal durch sind. So, von daher, ich sehe gerade die Zeit für diese Folge ist auch wieder um. Stöcker sammeln wir nachher auf dem Rückweg ein. Also, dann verabschiede ich mich schon mal und sage Ahoi und tschau tschau.